Hey Leute, hier ist ihr wieder zurück, euer Lieblings-Youtuber Nereven zum Zeiit Und damit herzlich willkommen meine Freunde zu diesem wunderschönen Video, ihr habt es gerade gehört Hey, ich bin wieder da! Wir spielen heute eine Runde mit Luca und es ist gerade live, was es hier ist Thomas! Kannst du ein großes Licht 1 anmachen? Lass mal nach Pleasant Park gehen Du kannst doch nicht rausspringen Luca, es geht noch nicht, Thomas Guck mal, siehste, da leben, ich habe schon 7 Leute getötet, 8 Leute habe ich jetzt schon getötet, 9 Du, Luca, das sind Leute, die disconnecten Nö Okay Gehst du jetzt zu dem Roten oder gehst du zum Berg? Ich geh zum Roten Tun erst alle hier im Pleasant Park umbringen Komm hier Ja, Alter, hier sind überall Leute, willst du mich verarschen? Luca, komm zu mir hier schnell, ey Hey wie? Hier sind Leute, hier sind Leute Ich habe keine Waffe, schaffst du es oder nicht? Bro, wo bist du? Ich laufe weg Vorne im Crack House Ich laufe... AAAAAAAH Ich bin tot Ich hab Scheiße Ja, du bist auch scheiße, Rehwi Das ist richtig Müll in diesem Spiel Guck mal, was machst du? Du suchst auf irgendwelchen Cam... Äh... Achtung, ich greife ein Mach das Ach Gott, bist du Müll Ich hab wenigstens noch einen Kill Oh mein Gott 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 Oh mein Gott, da ist noch einer Nein! Er hat eine Shotgun Ich hatte nur Müllwaffen, Dicker Ich hatte eine Pistole Ey, hier wird beendigt Hier wird beendigt Ey, ich hab einen Kill Du hast keinen... Du hast keinen... Doch, ich hatte keinen Kill Du hast keinen... Ich hab einen Hm, hattest du gar nicht Soll ich ein Lied für dich spielen? Ich nehm' anders gehen, jetzt gewinn' ich Rehwiiiiihm Ich hab einen Kohl No Yes Nö 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 Ah, yeah Cock the dance most Oh, ich hasste die alle Stop! Komm! Stop! Komm! Das ist ein Gegner, Luca Sollen wir uns einmischen? Komm! Was ist unsere Mission? Einmischen! Hab ihn getötet! Vermeid ist auch da unten Hinter mir! Er hat mich one-headed, Luca Er hat mich finishen Wenn du nicht zu mir kommst Du bist voll weit weg Zieh mich einfach langsam hoch Du fangst! Luca, ey, das reicht mir nicht, Alter Wir gehen jetzt mal hin Und wir rösten jetzt aus, Alter Ich hab keinen Bock mehr Nee! Soll ich noch ein Lied für dich spielen? Ja, spiel ein Lied für mich Und mach ein anderes Skin rein, Junge Wir gewinnn jetzt! Danke! Guck uns an, guck, wie süß wir sind Wichser, Alter! Rehwi, jetzt wird rasiert Ich hab's im Urin Zwei tot Ich hab sie beide rumgebracht, Luca Mit meiner Waffe Beide sind sie tot Alle zwei tot Am letzten bleibst du lange am Leben Damit ich dir lange Freude bereiten kann Gegenüber auf dem Dach sind Gegner Komm mal mit Ribi, look at me Schacht, war meine Digga, was? Ich zieh so viel von meinem Schild ab, Alter Luka, wo bist du? Ich hab einen. You can do, you can do. Warte, warte, warte. Er kommt. Oh mein Gott, ich höre ihn laufen. Er ist unter uns, unter uns. Er sieht uns nicht. Okay, nice, nice, nice. Let's go. Hab ihn. Nice, Digga. Drei Kills. Arschloch. Hey, das muss nicht sein, dass du so redest. Du hast zwei. Ja, Psch, die Runde auf. 19. Nein, das ist falsch gerundet. Vorne, vorne. Wo? Wo? Revlon, wo? Warte. Das sind noch zwei Stück. Das sind noch zwei, zwei Leute. Ich habe aber nicht genug Metz für einen Baufight, Digga. Und einer pusht uns schon. Wo pushen die? Revlon. Warte, warte, warte. Der eine steht die ganze Zeit oben da drauf, ne? Einer hat zwei Headshots von mir bekommen. Einer ist down. Oh, Digga, der hat mir richtig gut gegeben, Digga. Der eine steht neben dir, ne? Beide down. Beide down. Great life. I have not that much life. I am very low life. But yes. Denkt dann was, Alter. Können die nicht. Können die gar nicht. Wir haben uns... Zeigt den beiden. Jetzt wird rasiert, Alter. Ich merke das schon. Ja, jetzt rasieren wir, Alter. Mit gegen den Strich. Amenakoyum. Digga, die Zone f***t grad ein bisschen, glaube ich. Aaaaaaah! Kein Problem. Klar, es tut weh und vor mir sind zwei Spieler, aber es ist alles in Ordnung. Digga, ich muss direkt an der Zone stehen bleiben, ne? Beide down. Junge Rewi, was geht ab in deinem Leben, Alter? Hab zwei, tötet mit meinen Waffen, ba-bang, ba-boom, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Es war das erste Mal in meinem Leben, Digga, dass diese Boogie-Bomb geholfen hat, Alter. Sei ein Schatz und nehm dir die Mats. Hey! Obacht. Hey! Doppelobacht. Oh, dahinten sind ein Spieler. Warte. Ich hab kurz CD. Oh, du hast ne Lenkrakete? Nein. Das ist ne normale Rakete und ich tu die mit Leberbeschwörung. Acht mal auf das Ding, Rewi. Guck mal, das fällt gleich runter. Guck mal, jetzt. Das bricht komplett zusammen. Cool, oder? Ich brauche mich mal ganz kurz wieder ein, Digga. Ja, warte. Guck mal, dass hier kein Lenkrad kann, Digga. Alles gut, ey. Wenn die irgendwo kommen würden. Okay. Okay, jetzt werden wir gefunden. Ja, wir werden ihn grad richtig verziehen. Ich bin... Einen hab ich. Echt jetzt? Ja. Wir werden hier grade gesandwiched von mehreren Teams. Aber ich hab ihn neun. Digga, ich hab neun Leben. Ich hab neun Leben. Ich bin tot. Ich bin so gut tot. Nein, Digga, ich hab ihn. Ich hab den einen down. Ich hab den einen down und der wird mich finishen. Oh Mann, Digga. Ich hasse es, Alter. Ja, hier unten. Hier unten. Schaffst du, schaffst du, schaffst du. Von hinten. Na, guck dich an. Kroppelpickt. Deine Mutter ist eine dreckige H***e. Die am Straßenrand sch***e mit 20 Cent in den Mund nimmt, Alter. Acht Kills. Ist okay. Sind trotzdem nicht erster geworden. Einmal weg, sie hat mal versuchen, Alter. Okay? So, ich rasiere jetzt komplett. Aber du musst... Ich sag dir Ort. Nein, es hat bei mir richtig gut geklappt grad. Junk Junction. Oh, oh, Luca. Ich hör doch mal auf, du hörst mich. War da noch einer? Ich hab keine Munition, hier hab keine Munition, Digga. Evlon, wo bist du denn jetzt schon wieder? Oh, Digga, Maaan. Piss Game, Alter. Hey, wird gleich jemand kommen. Ey, ich hab Medi-Kit und Dings. Ich bin Rapper, ey. Oh mein Gott, hier sind irgendwo Leute, ne? Hörst du die? Ich seh' Gegner. Die blauen da hinten. Kann man da hinpushen? Ja, wir haben ja nichts, ne? Warte, warte, warte. Komm mit, komm mit. Unter mir, unter mir, unter mir. Wie unter dir? Ja, warte, warte. Ich will gucken, was der Typ da oben macht. Ich will, dass der einmal kurz stehen bleibt. Wir müssen auf jeden Fall einen von den beiden töten. Oh mein Gott, hier unten sind's zwei. Einer genockt. Guck, dass du nicht drauf gehst, Digga. Er ist hinter dir. Tot. Wie soll ich denn ohne Shotgun das machen, Alter? Ach du Scheiße. Das wollen gar nicht mehr so Scheiße. Sehr gut, Revi. Da vorne gerade ein Golfkart gesehen. Warum machst du das? Vergessen. Warum du das machst, hast du vergessen? Ja. Boah, der Hit, Alter. Hier vorne sind nochmal zwei Leute mit Golfkart. Vorsichtig, Luca. Hier sind Überleute mit Golfkarts. Vorsichtig, halt dich zurück, halt dich zurück. Digga, ich brauch auch ein paar Mats, ne? Was machen die Volltrotten denn? Baby, hinten liegen heftige Sachen, ne? Wo denn? Hier, wo ich bin. Wir müssen halt gucken, wie der Zone, Digga. Die kommt jetzt auch, ne? Ja, aber so viel Zeit haben wir noch. Sehr schön. Ich hab weder Mats noch Heal noch sonst was. Keine Munition, gar nichts, Alter. Oh Gott. Auch wenn du uns gejumped hättest, Digga. Direkt vor uns, direkt vor uns. Die liegen oben auf den Berg drauf. Dann werde ich ja niemals snipen können, ja keiner. Wir sind direkt in den nächsten Rift. Wie war das kein Headshot, Alter? Geht doch. Einer ist genockt von den beiden da oben? Ja, lass pushen. Hast du irgendwas Explosives, Digga? Nee. Boah, der hat richtig kassiert. Jetzt verpiss doch noch nicht bei dir, Hupensohne. Ey, Mann, ihr kleinen... Ich hab's doch geschafft, hinter den. Ich fliege uns hinterher. Ich fliege uns hinterher. Ja, das Rift ist weg, Alter. Du schaffst, egal, wo der Penner landet, Alter. Der ist wieder aufgestanden von den Toten, nachdem ich ihn genockt hab. Manu. Ich hab's nicht geschafft, damit durchzugehen, jetzt bin ich am Arsch. Hör mal, Rewi, du bist mitten in Wailing. Digga. Wo bist du denn? Ja, ich bin down, Alter. Ich seh's nicht ein, Alter. Wirklich nicht. Ja, geh kämpfen, los. Geh kämpfen, Mann. So, kämpf. Geh kämpfen, los! Was machst du, Alter? Was tust du? Kämpf, wie ein Kämpfer, kämpf! Ja! Willst du bis zum Ende campen? Mach das bitte. Kämpf bis zum Ende, Luca. Kämpf bis zum Ende in irgendeinem Busch. Isst du hier die ganzen Pilze noch? Dann setz ich in irgendeinem Busch rein, Digga, und kämpf bis zum Ende. Und dann beim letzten Kampf mischst du dich einfach ein mit der Shotgun und schießt einen in den Kopf. Genau, und das machst du bis zum Ende, Alter. So kenn ich dich. Ja, Mann. So gewinn ich das. So kenn ich dich, Alter. Hallo? Einfach mal ein kurzer Dab zwischendurch. Du musstest jetzt kommentieren wie so ein Frank Buschmann beim Fußball. So, wir sehen hier gerade den Spieler mit der Nummer 69, der sich hier gerade in den Busch platziert hat. Ganz taktisch auf jeden Fall hier. Und immer wieder am Piken. Ganz vorsichtig mit dem Dab natürlich die Gegner. Rechts in der Seite bei Wailingwood. Noch im Hinterkopf. Und jetzt wird hier gerade das Salz verstreut, ja? Da würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein, denn ein Sniper-Headshot kann dazu. Direkt tödlich sein. Dementsprechend auch wieder eher passiv spielen natürlich. Ja, aber hinten bauen welche, ne? Ja, ja. Jetzt werden hier natürlich die ersten Gegner natürlich gesehen. Klar, der rosa Kopf guckt natürlich hier oben raus. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Aber letztendlich ist das doch eine relativ gute Grundvorsorge. Da muss man sich natürlich jetzt ganz vorsichtig weiter nach vorne sneaken. Nach vorne wird das erste Battle schon. Da wird auf jeden Fall gekämpft und er sitzt jetzt hier immer noch im Busch aus und wartet. Shit. Oh, das ist natürlich jetzt schmerzhaft. Shit. Da muss er auf jeden Fall laufen. Rechts außenrum auf jeden Fall. An der Küste zu empfehlen definitiv. Und dann um den großen Berg drum herum und sich dann unten rechts am Berg zu platzieren. Am besten hier eventuell. Hier direkt an der Zone am Rand, ja? Da wo der rote Marker gesetzt worden ist. Das wäre doch eine gute Idee. Da kann man auf jeden Fall vorsichtig. Jetzt muss man sich natürlich hier ran bauen. Luca, wenn du geistes... Ey, wenn du richtig krass bist Luca, baust du dir hier unten an der Küste so eine kleine Base. Dann rutschst du ein bisschen runter und baust dir da eine Treppe runter. Weißt du, was ich meine? Jetzt musst du in die Zone rein, in die Zone rein. Jetzt bau dich außen um die Küste rum. Zum roten Punkt, zum roten Punkt, zum roten Punkt. Ganz klassisch hier schön runter gespielt wird das Ding hier. Ja, da würde ihn keiner vermuten. Das ist natürlich clever gemacht von ihm, ganz klar. Wenn du hier bleibst, wenn du hier bleibst, bist du richtig safe, Digga. Wenn du hier bleibst, ein Glück mit der Zone hast, Alter. So, acht Spieler jetzt noch mit ihm am Leben. Digga, was? Ich höre die ganze Zeit so Raketen. Junge, was geht ab? Alter, was ist das hier? Drei Spieler noch. Oh mein Gott. Junge, Mats. Du musst gleich direkt hochbauen, du musst gleich direkt hochbauen. Du musst gleich direkt direkt hochbauen. Ja, ich weiß. Alter, das... Einer ist... Ey, Digga, ein Spieler noch, Luca. Ein Spieler noch, ein Spieler noch. Digga, vier Leute beobachten mich. Was geht ab? Ein Spieler noch, ein Spieler noch. Hä? Ein Spieler noch, Digga. Zweiter Platz ist safe. Okay, bau dich hoch. Du schaffst das. Da ist er, da ist er. Okay, zeig dich noch nicht, zeig dich noch nicht. Oh Digga, nein, du bist ripped. Bleib da, bleib da. Oh mein Gott, Revi. Bleib da, bleib genau da, bleib genau da. Alles gut. Alter, was soll ich tun? Bleib da, bleib da, bleib da. Bleib einfach da und shit. Was soll ich tun? Sag mir, was ich machen soll. Digga, der ist heftig gut, man. Du musst ihm einfach, wenn er runterkommt, von hinten in den Rücken schießen. Du kannst Zone auswarten und ihm von hinten in den Rücken knallen. Ich hab jetzt halt auch nicht so den besten Sinn hier, ne? Die Zone kommt, die Zone kommt, die Zone kommt, die Zone kommt. Okay, und jetzt runter. Jetzt laufen, 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 mit der Zone gehen, mit der Zone gehen. Die ist nämlich richtig schnell. Und jetzt, wenn er in die Zone reinläuft, wenn er in die Zone reinläuft, muss er in den Rücken schießen. Die Zone fickt dich, ich mach 10er Schaden, Luca. Über dir, über dir, über dir, über dir. Nein! Nein! Oh mein Gott, Alter. Nein! Du hättest ihn sogar kriegen können. Nein! Schade, schade, schade. Spannendes Finale am Ende. Alter, was? Schade, Mann. Der Typ auf jeden Fall mit 3 Kills richtig unverdient gewonnen an der Stelle. Leute, das war's mit diesem wunderschönen Part von Fortnite. Schaut auf jeden Fall beim Luke-App vorbei, der ist ganz oben verlinkt. Und ähm... Nein, macht nicht, Alter. Das war richtig traurig, dass das nicht mehr geht. Ich wusste nicht, dass die Zone so viel Schaden macht. Ist nicht schlimm. Das kann den Besten passieren und auch... Ja, ich bin ja der Beste. Das war's. Ich küsse eure Augen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss!